ja gefühlte 30 jahren später fangen wir endlich wieder an mit einem richtig richtiger spiel wackfest leute wir gehen sofort in karriere ähm natürlich die regionalen junioren hab ich jetzt schon in der tschule oh ja ich hab angeklickt ähm fress trägt das ist ein dirt challenge äh demolition area also darf ich erstmal wissen was das überhaupt richtig für ein spiel ist also wir haben 1 2 3 3 sachen zur auswahl und ich würde mal anfangen zum ersten part fangen mit dem äh äh scheiß an da kann man ein bisschen erklären was ist das eigentlich für ein geiles spiel es ist ein richtig richtig hammer geiles spiel es ist äh wer kennt flat out äh das spiel flat out ist fast genau das gleiche flat out 2 ähm hatte ich damals gespielt gehabt und breakfast ist noch was besseres breakfast ist auch äh hat äh peat smith gespielt und ich habe durch peat smith habe ich auch den code bekommen für dieses spiel zu spielen was bitte was was ist das also renn starten wir haben 3 min und zeit sie musik noch zu laut ich weiß es nicht bei uns auch den meisten schaden schmied so schaltungautomatik richtig gut aber es ja ist voll drin aktionskontrolle KI ja was das ist ein sprung von amateur auf achso eigentlich bin ich ein neuer ding gut okay dann starten wir einfach mal ach er wollte mich doch verarschen was sind das für kleine karten ja ja fuck leute so geht das das ist auch mal ein geiles spiel so und das wird jetzt hoffentlich häufiger auf meinem kanal kommen auch wenn ich es muss gucken wie und wann ich aufnehme also bemerken stimmt irgendwas mit meinem pc überhaupt nicht ganz er hat irgendwelche kleinen probleme das ist mir aber relativ egal Leute solange ich spielen kann macht das ganze spaß und es macht spaß solange ihr mit guckt nix heraus geil halt da ist so viel los mein pc leckt einfach nur noch sowas von ich weiß echt nicht ich hab im hintergrund mein pc hat was er darf arbeiten so einen richtig neuen computer bin ich noch nicht dafür gewesen zu kaufen aber das ist das geschehen irgendwas muss hier stimmt hier nicht hier 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 Ego Perspektive geht das vielleicht steuer steuer und c So, dass irgendein Grund hat gerade die Aufnahme geblendet. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Mein PC hat Platz. Meine Aufnahme hat Platz. Den Falschhaus habe ich auch gerade nicht gedrückt. Und nächster raus. Nice, so läuft das ab, Leute. So muss das laufen. Wir haben noch knapp eine Minute Zeit. Und der Nächste ist raus. Und der Nächste ist raus, oder? Take Down, ja! Und der Nächste ist raus. Und der Nächste ist raus. Komm in. Oh, da war er noch dran. Und der Nächste ist nicht raus, schade. Oh, da ist die Mutter drin. Müsste eigentlich noch andere Spiele mal ausprobieren, ob die auch so sehr lecken. Ja, muss ich mich irgendwann wieder machen. Muss ich ihn neu aufsetzen. Dann habe ich aber auch kein Schneid bekommen. Ja, Nächste Leiche. Und vorbei. Nice. Gefällt mir. Nice. Leute, so läuft das ab. Und der erste Platz. Ja, das wird auch sein. Ich spiele ich kann das Bonus. Neun Filter. Daumen. Interessiert mich am Anfang erst mal gar nicht so richtig. Aber es ist ungewohnt wieder mit den Falltassen zu spielen. Das ist, man spielt hier mit nicht mal mit WSD, wie man sonst mit der linken Saison, man spielt mit der rechten spielt man mit der linken äh, übelstunden. Ich habe hier auch noch ein paar andere Codes hier liegen. Ich muss heute mal gucken. Heute habe ich ein bisschen Zeit. Da ist auch wieder ein bisschen Lust dabei. Wenn mein PC mitmacht, ihr seht, lange Lagerdauer, mal les was hier los ist. Serie abgeschlossen. Klickwunsch, du hast erfolgreich abgeschlossen. Das freut mich doch. 200 von 2. Nice. Dann haben wir natürlich, ich weiß nicht, noch nicht ganz, wie man so die Sachen freischaltet. Achso, man muss hier, klasse. Gut, okay, wir machen erst mal so wie es sein soll. Natürlich jetzt noch ein Demolition brennen. Verursachen mindestens 1.000 Schaden, lass mindestens rausdrehen. Das weiß ich noch nicht, wie es geht. Wir haben aber ein Rockets. Das ist eigentlich mal ein ordentliches Auto, da können wir mal mitreden, dass es mal ein Auto ist. hätte es gedacht. Welcome to Crash Canyon Hauptstrecke. So. Oh, das ist so ein Rennrichtig, hier Eventfortschritt. Oh, Leute, das gefällt mir noch mehr. Kann man schon was tun? Ah, Federhung, das Ganze. Referenzial. Das Amateur ist schon gut. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir einfach mal rein. Mit BSD geht das nie. Jo, ich muss erst mal hier die Strecke kennen, dann what the fuck, Leute. wenn ich jetzt den 3 rausdrehe, ist eine Farbe der Geduld wahrscheinlich. Die Strecke kenne ich irgendwo her. What the fuck? Also eigentlich haben wir schon mal weggedreht, das ist schon mal Oh, Blechern. Also vorne mein Auto ist schon mal schwarz. Das ist schon mal ein Fortschritt, nicht wahr? Ah, Scheiße. Oh, Bremscher. Oh, wir sind sogar schon bei Runde 2. Oh, ich fahre falsch herum. Scheiße. Scheiße. Warum bin ich immer falsch gefahren? Na klar, so erkennt man jetzt die Strecke ordentlich. Scheiße, wollte ich noch drehen. Och, Leute, alles ist kaputt bei mir. Echt, nehmen wir ich schon lange rausgesprungen. Och, Scheiße. Och, leckt mich doch am Arsch. Och, 620, oh mein Gott, ich bin Position 92. Ja, es lief wohl nicht ganz so gut aus, aber wir wissen schon mal, worum es in dem Spiel geht. Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bin kein Autoexperte, sonst was, das habe ich schon mal in Formel 1 gesagt, aber Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Wackfest. Bis zum nächsten Mal sagt der Menzi. Ciao, ciao.